Hatte ich ihn nicht schon gelootet? Glaube, der hat sich doch schon gelootet gehabt. Ach, da hinten. Sehen schon. Da hinten noch einer. Knie-Schuss. Gibt es gleich mal ein paar Patronen zurück. Gibt es... Oh, da halt vorsichtig, Brauner, vorsichtig. Motorwerkzeugteile, bitte. Immer noch nicht. Scheibenkleister, die Wrench ist auch gleich kaputt. Komm schon. Mein Gott. Alles mögliche finden wir... Oh, ich glaube, ich habe einen... Ne, das ist ein Motor. Scheibenkleister. Das war ein Motor. Ne, wenigstens haben wir wieder Sprit für die, ähm... Ja, muss repariert werden. Ich habe es mir schon gedacht. Für die Dings. Für die Kettensäge. Äh, Rezepte. Ja. Leihbatterie, ne, damit können wir uns auch zuschmeißen. Motor. Leihbatterie, davon habe ich echt. Können wir die mal zerlegen hier? Gucken wir, was da rauskommt. Da kommt nur Blei raus, na, super. Blei ist für mich nicht so interessant. Ähm... Shit. Verdammte Axt, sage ich nur. Ah, weg. Hier, komm. Headshot. Na, sind alle wieder da? Guck mal, der Baumel da noch. Wo, 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 wo. Kurz nahladen. Ich brauche unbedingt mal so ein Teil. Das ist so ärgerlich. Eine Minute haben wir noch den, ähm... Schaden auf uns. Und ich renne auch noch in eine Mine rein, die ich nicht gesehen habe. Ganz toll. Mein Gott. So, irgendwie müssen wir uns das nochmal herstellen können. Ähm... Motor... Werkzeugteile. Schraubenfedern haben wir. Geschmiedeten Stahl haben wir auch. Forge Titanium haben wir nicht. Das ist das Problem. Ich habe kein Forge Titanium. Und das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist mehr als ärgerlich. Na, komm, hoch. 13 Uhr, ey. Und wir haben noch nichts geschafft. Ja, komm. Kannst du ruhig ein bisschen schneller laufen, Kumpel. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir immer noch nicht. Die Betonröhre. Betonmischung. Eins von 20. Doch, Betonröhre. Drei Meter. Betontunnel. Drei Meter Ecke. Mitte. Okay, da haben wir was. Ähm... Mach mal eins, zwei, drei davon. Äh, dann Ecken. Ähm... Da brauchen wir ja sechs von dann. Das ist dann die Decke. Und das ist dann nochmal sowas. Dann Betonblöcke. So. Ähm... Hier läuft das. Schmeißen wir mal das rein. Den brauchen wir nicht. Klebeband ist ganz gut. Hier, komm, das kannst du auch verbrennen. Brauchen wir auch nicht. Ach, ist das Titanium Polish. Forged Titanium. Eisen, Messing, ist das alles da? Aber er macht's nicht. Wahrscheinlich fehlt uns hier dieser, ähm... Dieser Kübel. Kann das sein, dass wir da Kübel fehlt? Hier dieser Dings, dieser, äh... Schmelztiegel. Okay, dafür brauchen wir Schmelztiegel. Geschmiedetes Eisen. Teile haben wir. Öl ist kein Problem. Lehmboden. Okay, den Lehmboden. Haben wir da noch was von? Hm... Alles klar. Okay, gehen wir mal ganz kurz buddeln. Ist ja nicht so, dass wir das nicht hätten, ne? Dauert halt nur Ewigkeiten. Mit, mit der Oga würde es hier so durchgehen wie durch Butter. Oh nein, stattdessen. Buddeln wir. Komm schon. 800 brauchen wir. Ich weiß, das ist jetzt wieder nicht super spannend für euch, aber was soll ich machen? Ich brauche das. Geht leider nicht anders. Na komm. In der Zeit könnte ich die Tunnel da oben fertig machen. Dann ist das nämlich schon okay. 500. Wie gesagt, mit dem Bohrer hier, das wäre ja so Pipifax. Aber... Da bist du auch schon mal... Haben wir noch irgendwo eine Ecke hier? Hier hinten. Können wir noch Gas geben. Darf ja auch nicht zu viel wegnehmen, weil sonst... buddeln sie sich unten durch. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, wie sieht es aus? 840. Wir haben auch... 6 Punkte. Oh, 6 Punkte. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Stärke. Stark. Du bist sehr stark. Nutzung empfinde. Kopfschüssen und hast mit Schrotflinten, Knüppeln und Forschung eine Chance von 30% an Ziel zu zergliedern. Alter, Falter. Oh. Ähm... Bergbau. Hauptader. Sammle mehr Rohstoffe und schnapp dir die Hauptader. Ja, alles klar. Nehmen wir. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Zeugs. Ja, es geht schon mal ein bisschen schneller. Okay, alles klar. Hupsala. Ja. Ja. So, zack. Ähm... Schmelztiegel. Ähm... Geschmiedeter Stahl. Ähm... 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 Schmelztiegel. Lehmboden. Haben wir. Öl fehlt uns einer. Und geschmiedetes Eisen. Öl. Öl haben wir doch. Das weiß ich doch, dass wir Öl haben. Ähm... Geschmiedetes... Eisen. Kein Problem. Äh... Der kann noch mit dazu. Ähm... Was war das? Öl, ne? Öl, Öl. HD-Öl. Ähm... Die nehmen wir gleich mal mit raus. Probieren wir mal aus. Braucht noch was. Öl. Alles klar. So, Schmelztiegel. Ähm... 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 Schmelztiegel. Drei Minuten. Dann... Forged. Titanium. Es ist an... An so einer, ähm... Ja, wahrscheinlich, das sieht nur aus wie so ein HD-Workbench oder sowas. Äh... Schmiede HD-Forge. Äh... Die haben wir noch nicht. Können wir noch gar nicht. Ähm... 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 Automatic Rifles. Maschinengewehr-Teile. Handguns. Hunting Rifles. Kevlar-Armor. Shotgun. HD-Gun Oil haben wir. Schrotflintenteile noch nicht. Neeset. Steel-Tools. Stoffhetzen. Geschmiedeter Stahl. Ähm... Geschmiedeter... Geschmiedetes Eisen. Kein Problem. Ähm... Öl-Schiefer. Gehen wir mal ganz kurz raus. Schmiedeter Stahl. So. Äh... Wo bist du denn jetzt? Mein Freund Öl-Schiefer. Rezepte. Asphalt. Nein. Benzinkanister. Stapel HD. Ammo. Gas Bundle. Okay. HD. Flam-Fuel. Öl-Schiefer. Und Benzinkanister. Benzinkanister. 4500. Hast du das jetzt gemacht oder nicht? Benzinkanister. Rezepte. Ach, der hat kein Dings oder was? Rezepte. Rezepte. Doch, hat er umgewandelt. Okay, das klappt. Geht's hier aus. Eine Minute 14. Die Sachen. 25 davon haben wir auch. So, sehr gut. Können wir mal anfangen. Ähm... Wir... Versuchen. Äh, ich versuche, äh, folgendes zu tun. Äh, erstmal hier nochmal einen Block ranzusetzen. Äh, nochmal ein bisschen zu verbreitern. Äh, und das hier eventuell... Na, komm. Auf dieselbe Länge zu bekommen. Ja, dicht machen. Oh, der Gute hat auch schon wieder Hunger, ja? Okay, das geht. Da geht's nicht. Machen wir das mal hier dicht mit Betonklötzen. Sonst habe ich schon wieder keine. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Wie schnell das geht. Alter, Alter, das ist ja... Oh... So, Momento. Wir haben... Hopp, 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 hopp. Wo ist meine? Da ist meine. Mal gucken. Okay, vom Speed her nimmt es nichts. 19.000? Wow, 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 wow. Scheißviecher. Ähm, zerpflückt die mal. Wollt ihr nichts? Wo ist das Vieh? Ich glaube, es hackt. Scheißviecher, ganz ehrlich. So, ähm, runter. Was haben wir denn dann jetzt noch hier am Start? Ähm. Wir haben vor allen Dingen erstmal Hunger. Oh, hier geben wir jetzt mal was rein. Also, irgendwie klappt das hier... Auch nicht so ganz, wie es soll. So, das haben wir. Ähm. Mach das mal fertig. Wie sieht's hier aus? Ähm. So, der Schmelztiegel ist auch endlich fertig. So, können wir jetzt eventuell Forge Titanium machen? 79. Kann ich nicht machen, oder was? Mann, warum kann ich das nicht machen? Schmiedet das Stahleisen, etc. Alles super. Apropos Blei. Ähm. 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 Warte mal kurz. Dann machen wir mal ein gekochtes Ei. Die Kinks nicht zusammen. Das ist echt so zum Mäuse melken. Ähm. HD. Wie geht's denn aus mit... Wollen wir Betonblöcken? Wir brauchen Betonmischung. Ich werde auch Betonmischung, Bruchssand, kleiner Sand und so weiter. Das ist echt, echt übel gerade. Solange wir nicht richtig vorankommen, haben wir ein Problem. Ähm. Leihbatterien. Komm. Können wir auch mitnehmen. Nur noch Ölschiefer da. Öl haben wir da. Messingheizkörper. Wir haben so viel, so viel Zeugs teilweise da. Aber, alles, was wir jetzt nicht so richtig nutzen können. Noch nicht. Das ist schade. Ähm. Wollt ihr was ausprobieren? Hoppala. So, wo sind denn die Dinger jetzt? Warte mal kurz. Äh. Ausrüsten. Kannst du irgendwie nirgends hin? Na? Du gehst mir aber auf den Puffer jetzt hier, du scheiß Vieh. Ständig kommt das Mistvieh an. Mann, Mann, Mann. So. Äh. Verbannt. Mein Gott. Nervig, diese Viecher. Wow, warum? Wieso kriege ich denn jetzt so viele Dinge jetzt, wenn ich mir Verbände anfertige? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Also irgendwie, das ist komisch. Have you ever had a nightmare? Have you ever had a nightmare that never ended? Ja, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020